Das hier ist viel zu viel Blutverlust für eine Periode. 25% aller Frauen leiden unter verstärkter Blutung. Jede Dritte hat einen nachgewiesenen Eisenmangel deswegen. Und die wenigsten wissen darüber Bescheid. Und damit meine ich die Menschen mit dieser Periode, aber auch das ärztliche Personal. Das muss sich ändern, deswegen schön dranbleiben. Ja, über 80 Milliliter sind zu viel des Guten. Ihr kennt vielleicht alle den Vergleich mit dem Espresso-Testchen. Und wisst ihr was? Diese Einheiten dürft ihr gerne getrost vergessen. Beziehungsweise ja, sie stehen in den Lehrbüchern drin. Aber es gibt zwei große Schwierigkeiten bei der ganzen Nummer. Wie soll man das Ganze adäquat messen? Wenn man jetzt zu Hause sitzt, Tampon benutzt, Menstruationstasse benutzt. Ja, da wird einiges aufgefangen. Aber vielleicht hast du so eine starke Blutung, dass sogar Koagel, solche Stückchen geronnenes Blut dabei sind. Dann wird es ziemlich schwer rauszufinden, ob es jetzt 70 Milliliter oder 80 oder 90 oder sogar noch mehr sind. Die zweite Schwierigkeit ist, dass wenn jetzt eine Frau das adäquat messen könnte und es kommt raus, es sind nur 70 Milliliter Blutverluste. Und man guckt in die Lehrbücher und dann wird gesagt, das ist ja eine normale Periodenblutung. Damit müssen sie jetzt einfach leben. Gehört ja zum Frausein dazu. Nichtsdestotrotz kann es ja sein, dass diese Frau mit ihren 70 Millilitern leidet und Probleme hat oder auch einen Eisenmangel hat. Wir können uns also diese Maßeinheiten alle merken. Völlig in Ordnung. Irgendwie brauchen Mediziner ja immer ihre Maßeinheiten und Zahlen. Aber es kommt vor allen Dingen darauf an, ob Frau Probleme hat. Und diese Probleme meine ich jetzt natürlich auch physiologischerweise mit einem Eisenmangel. Müdigkeit, rissige Lippen, Erschöpftheit etc. Oder aber ob sie auch einfach psychisch Probleme damit hat, dass sie sehr stark und sehr lange blutet. Und da kommen wir zum großen Schlagwort, die Lebensqualität. Ist die Lebensqualität eingeschränkt? Ist es an 1-2 Tagen im Monat so, dass du dich noch nicht mal auf die Straße traust oder Angst hast an der Kasse, an irgendeinem Supermarkt, dass deine Periode losgeht, weil es läuft wie ein Wasserfall. Das sind alles Punkte, die die Menorragie, die verlängerte Blutung oder auch die Hypermenorö, die verstärkte Blutung, zufolge haben kann. Und ein weiteres gesellschaftliches Problem, und dann komme ich auch zum Punkt, woher das kommt, was man dagegen tun kann, ist natürlich, dass Frauen immer noch denken, das sei normal. Das gehört zum Frausein dazu. Wir dürfen aber bei der Diskussion hier heute eins nicht vergessen. Und das ist das Evolutionäre. Heutzutage bekommen junge Mädchen relativ früh ihre Periode. Die Zeitspanne geht bis zum 52., 53. Lebensjahr. Das sind teilweise über 40 Jahre Periode. Das gab es vor vielen 100 Jahren noch nicht. Und das Ganze ist auch in einer sehr kurzen Zeitspanne, rein evolutionär betrachtet, passiert. Also haben viele Frauen Probleme mit solch langen Zeitspannen an Perioden, vor allen Dingen dann, wenn sie verstärkt sind. So, woher kommt das jetzt? Warum hat die Nachbarin Frau Müller keine Probleme? Warum habe ich, Frau Meier, Probleme mit einer verstärkten Blutung? Rein strukturelle Probleme wären zum Beispiel, wenn die Gebärmutter Schwierigkeiten hat, sich zu kontrahieren. Wenn da irgendwo ein Knackpunkt ist. Und das sind oft sogenannte strukturelle Probleme, mechanische Probleme, zum Beispiel Myome. Gutartige Muskelgeschwulste, da habe ich schon Videos zu gemacht. Darfst du dir gerne hier oben einmal anschauen, wenn es dich interessiert. Es gibt aber auch andere gutartige Wucherungen, zum Beispiel Polypen. Polypen in der Gebärmutter machen auch gerne verstärkte Blutung. Das gleiche Prinzip. Die Gebärmutter kann sich nicht gut zusammenziehen. Die Kupferspirale etc. lassen wir jetzt mal außen vor. Die ja auch gerne verstärkte Blutung macht, die aber ja dann künstlich durch unser Eins, durch den Menschen hervorgerufen wurde. Dann, großes Steckenpferd, die Adenomyose. Also die kleine Schwester, große Schwester. Die Art einer Endometriose, die sich in der Gebärmutterwand befindet, macht auch gerne verstärkte Blutungen. Darf man auch nicht vergessen. Ja, es gibt auch bösartige Erkrankungen, zum Beispiel das sogenannte Endometriumkarzinom, also Gebärmutter-Schleimhautkrebs, welches auch solche Symptome machen könnte. Zwar seltener, aber auch ein strukturelles Problem. Und dann gibt es noch die zweite Sparte neben den strukturellen Problemen. Das sind die hormonellen Probleme. Ein Fass ohne Boden möchte man fast sagen, weil wir einfach hier in diesen Landen ein Problem der Analyse, der Auswertung und der Honorierung und Bezahlung haben. Weshalb dieses ganze Hormonfeld oft noch sehr stiefmütterlich behandelt wird, ist aber ein anderes politisches Thema. Und da sei ein Schlagwort einfach zu nennen, das ist die sogenannte Östrogen-Dominanz. Dieses Gleichgewicht zwischen Östrogen und Progesteron, dem Gelbkörperhormon, ist irgendwie aus der Balance, was ja zyklisch immer wieder passiert. Aber so langsam über Monate hinweg zeigt sich, dass das Östrogen einfach weiter steigt. Und wir haben eine Dominanz eines Hormons, was sehr, sehr viel aufbaut und auch Schleimhaut aufbaut. Und deswegen kommt es auch in dieser Konstellation sehr oft zu verstärkten und verlängerten Blutungen. Und siehe da, welches Klientelfrau hat das sehr, sehr häufig, die Frau Ü40. Weil genau hier diese Wechseljahre so langsam, aber gemächlich losgehen. Wir haben im Jahr immer mal 1, 2, 3 Zyklen dabei, die ohne Eisprung stattfinden. Östrogen ist relativ hoch. Progesteron, was ja durch den Eisprung quasi erst angekurbelt wird, die Produktion, ist eben nicht gut gestiegen. Und so langsam steigt Östrogen weiter an. Und wir haben eine Östrogen-Dominanz mit vielen, vielen, vielen weiteren Symptomen und Facetten. Aber diese verstärkte Blutung ist ein Problem der Frau Ü40. So, und jetzt müssen wir mal kurz überlegen, was macht das mit Frau, wenn ich weiß, übermorgen ist es soweit, ich werde sehr, sehr stark bluten. Ich habe aber morgens ein Meeting. Oder ich muss morgens die Kinder wegbringen. Oder was auch immer. Ich muss einfach gesellschaftlich funktionieren. Es ist eine wahnsinnige psychische Belastung, mal unabhängig von diesen körperlichen Beschwerden, wenn man über Jahre hinweg stark blutet. Also wir dürfen den psychischen Aspekt nicht vergessen, wenn Frauen stark bluten. Wir dürfen den finanziellen Aspekt nicht vergessen, wenn Frauen stark bluten. Klar ist die Menstruationstasse ja auch von mir etwas, was ich immer sage, ist eine super Sache, kann man definitiv mal ausprobieren. Aber so ein Tässchen, dass man alle zwei, drei Stunden mindestens wechseln muss, ist dann halt wirklich auch lästig, wenn man irgendwo im Zug sitzt, im Auto, auf der Autobahn oder an der Arbeit ist. Das wird schwierig. Also muss ich mir dann doch das gute alte Tampon zulegen, das XXL-Format, was ich auch drei, vier Stunden später wieder wechseln kann. Es ist also ein großer finanzieller Aspekt. Ja, dann haben wir den großen physiologischen Aspekt der Probleme. Und da sei einfach der Eisenmangel mal genannt. Wer viel Blut verliert, verliert auch viele, viele Spurenelemente, Mineralien. Und darunter ist Eisen natürlich etwas, was durchaus bekannt ist. Und viele Frauen haben einen Eisenmangel, ohne es zu wissen. Was ihr also mindestens jährlich mal machen könntet, bei der Hausärztin, beim Hausarzt oder auch bei uns Gynäkologinnen und Gynäkologen, ist, den Eisenspeicher und auch Eisen im Blut zu messen. Ja, es kann sein, dass das eine Selbstzahlerleistung ist. Das ist wieder so ein gesundheitspolitisches Problem, was ich hier nicht weiter erläutern möchte. Ja, sprechen wir über die Diagnose. Wie wird das Ganze jetzt diagnostiziert? Ich habe ja gerade gesagt, da läuft ja kein Gynäkologe rum und sagt, bluten Sie mal bitte in mein Espressotästchen rein. Sondern es ist ein Anamnese-Gespräch, was über auch viele Besucher wahrscheinlich schon gehen wird. Aber du musst es als Patientin oder als Frau, die diese Probleme hat, auch aktiv kommunizieren. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß, jetzt kommen wieder viele Kommentare, dass das aktiv kommuniziert wird, aber nicht darauf eingegangen wird. Haben wir wieder ein anderes gesundheitspolitisches Problem, was ich auch diesem Kanal schon etwas öfter erläutert habe. Aber durchaus gibt es natürlich da draußen auch sehr, sehr, sehr kompetente und sehr engagierte Gynäkologinnen und Gynäkologen. Das ist die Mehrzahl, die das dann auch besser therapieren können, wenn sie davon wissen. Also ganz wichtiger Appell, sprecht das bei uns an, dass ihr das Gefühl habt, es ist eine zu starke Blutung. Es schränkt euch im Leben ein. Ich habe das Gefühl, es ist zu viel. Das ist die Skalierung, die wichtig ist. Nicht irgendwelche Maßeinheiten. Behandlungsmöglichkeiten. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, etwas zu behandeln. Das gibt es in der Medizin immer. Nehmen wir mal Kopfschmerzen. Ich habe jetzt Kopfschmerzen. Dann gibt es die Möglichkeit, eine Symptomkontrolle zu machen. Ich habe Kopfschmerzen, ich möchte keine Kopfschmerzen haben. Ich nehme erst mal was. Ob das jetzt Magnesium ist, relativ hochdosiert, oder die gute alte Ibuprofen oder irgendetwas. Ich möchte die Kopfschmerzen jetzt loswerden, weil sie stören mich jetzt. Das ist Symptomkontrolle. Das ist natürlich keine ursächliche Behandlung, aber trotzdem auch Teil einer Therapie. Ja, und auch bei einer Dysmenorrhoe, also einer sehr starken oder heftigen, schmerzhaften Blutung, kann das erstmal eine Therapieform sein. Auch die Wärmflasche ist eine Symptomkontrolle. Das ist die eine Schiene, die man fährt. Man sollte nicht nur die eine Schiene fahren, wie immer im Leben. Man sollte immer zweigleisig fahren. Also ist die zweite Schiene natürlich zu gucken, woran liegt es. Habe ich wirklich den Verdacht, es ist eine Östrogendominanz? Kann ich das vielleicht noch irgendwie ausgleichen? Hier ist Ernährung ein Riesenfaktor. Und ich weiß, ich muss dieses Video drehen zur Östrogendominanz. Und wenn ihr das auch sehen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Es steht auf jeden Fall auf der Liste drauf. Ernährungsumstellung, ganz wichtig, kann ich euch auch nochmal verlinken. Habe ich auch schon Videos dazu gemacht. Was kann ich tun, um diesen Progesteronmangel vielleicht ein Stück weit auszugleichen, um dem Körper auf jeden Fall das zurückzugeben, was er jetzt noch braucht? Nichtsdestotrotz kriegen wir auch mit einer guten Ernährung und auch vielleicht einer Nahrungsergänzungsmittel diese Östrogendominanz nicht in den Griff. Kann also sein, dass ich dieses Hormon Progesteron, das körpereigene Progesteron, dem Körper zurückgeben kann. Vielleicht kriegen wir so einen Fuß in die Tür, was die starken Blutungen angeht. Und wir haben auch alle anderen Probleme diese Östrogendominanz beseitigt bzw. abgemildert. Das wäre eine gute und ursächliche Behandlung. Bei allen strukturellen Problemen, ob es die Myome sind, die Polypen, kann man natürlich drüber nachdenken, ob man sowas interventionell, also operativ meistens, entfernt, um so dieses strukturelle Problem zu beheben. Was passiert jetzt aber eigentlich, wenn ich einfach sage, lieber Körper, es ist toll, dass du das machst mit diesen Hormonen und hoch und runter, aber es stört mich das, dass so viel blutet. Wie ist es denn, wenn ich dich kalt stelle, lieber Zyklus? Wenn ich da sage, ich fahre dich runter, du machst nichts mehr. Die gute alte Pille oder auch die Hormonspirale machen solche Dinge und war bis vor wenigen Jahren auch noch state of the art. Kennst du vielleicht auch, sie haben irgendwelche zyklischen Probleme. Hier ist die Pille, ist aber auch eher die Schiene Symptomkontrolle, oder? Das ist jetzt nichts Ursächliches. Ich habe irgendwie ein Problem im Zyklus, ich unterdrücke meinen Zyklus. Ja, das funktioniert meistens relativ gut, aber wir haben nicht die Ursache gefunden, sondern versuchen nur ein Leiden zu lindern. Also auch medikamentös, genauso wie die Ibuprofen zu nehmen bei Kopfschmerzen. Dann haben wir noch eine andere, relativ neue Variante. Gibt es auch schon seit Jahrzehnten, aber jetzt in Deutschland schwappt die Welle endlich rüber. Und endlich dürfen auch wir Gynäkologen das Ganze über die Kasse abrechnen. Und das ist die sogenannte Endometrium-Ablatio. Gibt es auch schon seit Jahrzehnten in verschiedensten Techniken. Jetzt gibt es so eine Art Hochfrequenz-Ablatio mit dem Goldnetz. Die sogenannte Goldnetz-Methode hast du sicherlich oder vielleicht auch mal gehört. Und ja, auch da muss ich mal ein Video drüber drehen und mal im OP mitfilmen, wie sowas abläuft. Sinn ist folgender. Ich führe in die Frau, in die Gebärmutter ein Netz ein, ein Goldnetz zum Beispiel, wo hochfrequent thermisch die Gebärmutter-Schleimhaut verödet wird. Wo eine verödete und dann auch vernarbte Schleimhaut ist, kann sich nichts mehr auf- und abbauen. Es kommt zu gar keiner oder wenig Blutung und auch zu gar keiner oder weniger Schmerzen. Kleiner Knackspunkt ist, die Familienplanung muss abgeschlossen sein. Aber für die Frau U40, wo ja diese Lebenssituation eingetreten ist, gar keine so schlechte Option. Die radikalere Variante und auch die Ultima Ratio, also die letzte Option, ist natürlich auch eine Gebärmutter-Entfernung operativ. Nichtsdestotrotz Routine-Eingriff, trotzdem großer Eingriff mit einer relativ langen Konvaleszenz. Also wirklich Option C, wenn die anderen Optionen wegfallen oder nicht gewollt oder nicht möglich sind. Jetzt würde ich mal gerne von dir hören. Kennst du jemanden oder hast du vielleicht selbst solche Probleme, starke Blutung? Hast bis jetzt gedacht, gehört halt irgendwie dazu oder ja, aber ich finde irgendwie keine richtige Lösung. Würde mich mal interessieren, schreib es gerne mal in die Kommentare. Ja, mit dem Thema Ernährung, da habe ich dich, nicht wahr? Da kannst du dir gerne das Video hier oben nochmal anschauen. Hormonspirale hatte ich auch ein bisschen getriggert, ne? Da findest du das Video hier unten. Und das, was mich sehr triggert, ist, dass du mir bitte jetzt ein Abo dalässt. Denn dann kann ich euch helfen, mir zu helfen, damit ich euch mehr helfen kann, dass ihr euch selbst helfen könnt. Das habe ich selbst nicht verstanden. Wir sehen uns im nächsten Video.